So, unser Darmie-Patient ist jetzt bei uns und möchte eine professionelle Zahnreinigung haben, eine PZR genannt. Dazu müsst ihr wissen, der erste Termin für eine PZR kostet bei uns 100 Euro, die darauf folgenden 80 Euro. Und ich zeige euch jetzt erstmal, wie ihr die Leistungen übernimmt, denn die professionelle Zahnreinigung ist keine Kassenleistung, sondern eine reine Privatleistung. Dafür bekommt der Patient dann von uns auch sofort eine Rechnung ausgestellt. Und auch das zeige ich euch. Jetzt wollen wir erstmal den Patienten natürlich auswählen. Das ist unser Dummy-Patient. Dafür wieder hier oben bei Patientenauswahl reinklicken, den Patienten raussuchen, reinklicken. Und jetzt müssen wir erstmal die Leistung übernehmen. Dafür hier oben auf Leistungserfassung klicken. Darmsoft sagt uns wieder hier, hallo, es wurde noch keine 04 und keine 107 erfasst. Aber wir wollen jetzt ja keine 04 und keine 107 erfassen, sondern eine PZR, eine professionelle Zahnreinigung. Dafür wählen wir jetzt erstmal alle Zähne an. Da klicken wir mit der rechten Maustaste hier auf den Zahn, halten rechts gedrückt und fahren die ganzen Zähne hier ab. Einmal rum. Und jetzt können wir die Zahnreinigung suchen. Da könnt ihr einfach hier in den Suchbegriff einklicken, denn hinter der PZR verbirgt sich die Leistungsnummer 1040. Das könnt ihr euch merken. Also die PZR ist die 1040. Dann sucht uns Darmsoft hier sozusagen schon die Sachen raus. Da haben wir unsere PZR. Es ist, wie ihr seht, eine rote Leistung. Das heißt, wie gesagt, Privatleistung. Und die klicken wir jetzt an. So, ihr seht jetzt hier unten, da sind die ganzen Zähne aufgezeichnet, an denen die Leistung gemacht wurde. Hier ist das Kürzel, PZR. Hier die Leistungsnummer, die ich euch gesagt habe. Die könnt ihr euch auch merken, die 1040 für die professionelle Zahnreinigung. Hier ist der Faktor, mit dem gerechnet wird. Und hier ist der Endbetrag. Der würde jetzt bei 115,84 Euro liegen. Wir sagen aber immer für die erste Behandlung 100 Euro. Wir müssen jetzt also aus den 115,84 Euro 100 Euro bekommen. Die bekommt ihr ganz einfach, indem ihr hier hochgeht, auf das Feld Faktor klickt. Einfach draufklicken, mit Linksklick. Hier oben die professionelle Zahnreinigung auswählt. Und hier unten seht ihr hier den aktuellen Betrag und hier den gewünschten Betrag. Da geben wir einfach bei dem gewünschten Betrag, da wählen wir rein, geben über die Tastdate 100 Euro ein und klicken auf Berechnung starten. So, jetzt seht ihr, hat er uns aus den 115 Euro, hat er uns 100,16 Euro gemacht. Hier oben seht ihr auch, dass der Satz, mit dem gerechnet wird, der Faktor nicht mehr 2,3 ist, sondern 1,9845. Und mit 100,16 Euro, das hört sich gut an. So können wir gleich die Rechnung ausstellen. Dann drücken wir hier einfach auf OK. Wie ihr seht, hat das DUM-Soft jetzt auch hier geändert. Und jetzt können wir für den Patienten die Rechnung ausdrucken. Dafür hier oben auf Rechnung klicken. Schwupps geht das auf unseren DUM-Patienten. Hier beim Endbetrag seht ihr die 116 Euro. Das ist alles richtig. Dann könnt ihr hier auf Rechnung klicken. Ihr könnt sie euch vorher auch noch gerne hier im Vorschau anschauen. Können wir mal machen. Ausgewählte Rechnung abspeichern. Ja, wollen wir abspeichern. So, jetzt seht ihr hier, das ist die Rechnung, die der Patient dann bekommt. Über die 100,16 Euro. Und dann könnt ihr einfach auf Drucken klicken. So, jetzt wird die Rechnung ausgedruckt. Dann einfach auf Schließen klicken. Und wie ihr seht, ist auch der Rechnung jetzt hier eine Rechnungsnummer zugeordnet worden. Und so gebt ihr jetzt die Zahnreinigung ein und druckt dem Patienten die Rechnung aus. Ich zeige euch gleich auch im nächsten Clip, was ihr macht, wenn der Patient die Rechnung bezahlt.